Musik Leute! Oh mein Gott, 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 oh mein Gott! Oh mein Gott, Leute! Und dann habe ich gesagt, das ist gar keine Kleiderstange. Ach Gino, du hör mal mit deinen komischen Geschichten. Leute! Hallo, hört ihr mich nicht? Was? Julian, was machst du denn hier? Oh mein Gott, Leute, hört mir endlich mal zu. Was Unglaubliches ist da draußen los. Da sind einfach Monster vor der Klinik. Ich bin draußen vorbeigelaufen. Ich war auf dem Spaziergang und dann habe ich da einfach ein paar Monster gesehen. Und dann bin ich schnurschtrags hier reingelaufen. Guckt mal, da draußen sind sie noch. Das ist ein Vampir und noch irgendwelche anderen komischen Monster. Leute, ihr müsst irgendwas machen. Ich habe voll Angst vor denen. Sag mal, Alex, weißt du, was dein Problem ist? Hm, nicht wirklich, Gino. Also, es ist doch jetzt Oktober. Und immer Anfang Oktober ist die jährliche Monsteruntersuchung hier im Krankenhaus. Was? Ihr macht eine Monsteruntersuchung? Warum das denn? So, Dr. Donner, dann haben Sie jetzt einmal das ganze Krankenhaus gesehen. Ja, vielen Dank für die Führung. Das ist wirklich sehr schön bei Ihnen. Aber was ist denn das hier für ein Aufruhr im Foyer bei Ihnen? Julian, was machst du denn hier für ein Radau im Foyer? Vor allem für unsere verehrten Besucherinnen, Dr. Donner. Ich frage mich viel eher, warum ihr keinen Aufruhr macht bei den ganzen Monstern vor der Tür. Aber Julian, es ist doch Oktober. Da kommen die Monster immer hier hin, um sich einmal durchchecken zu lassen, bevor die Halloween-Zeit richtig losgeht. Wo wir gerade dabei sind, ich muss unsere Gäste natürlich auch begrüßen und hereinbitten. Gino, Alex, jetzt sag doch auch mal was. Da sind einfach Monster draußen. Habt ihr gar keine Angst? Ah, Julian, vielleicht kann ich dir vielleicht ein paar Worte dazu sagen. Ach, guten Morgen, Dr. Donner. Wir haben uns ja bisher noch gar nicht gesehen. Schön, dass Sie wieder bei uns eingetroffen sind. Äh, ja, hallo, ich bin Julian und Sie sind Dr. Donner? Und was haben Sie jetzt mit der Sache zu tun? Ich bin Spezialistin für die Monsteruntersuchung und ich komme jeden Oktober vorbei, um die Monsteruntersuchung zu machen. Äh, was? Sie sind eine Monster-Expertin? So was gibt es? Aber gut, das macht dann vielleicht Sinn, warum die Monster hier sind, wenn die sich jetzt auf Halloween vorbereiten müssen. Ja, genau, Julian. Auch Monster haben ein Recht auf medizinische Untersuchung und Versorgung. Das ist ja spannend, das wusste ich überhaupt nicht. Aber finden Sie das gar nicht gruselig? Julian, bitte halt jetzt mal eben deinen Schnabel. Unsere Gäste kommen jetzt. Gino, das könntest du auch etwas netter ausdrücken. Aber grundsätzlich hat er recht. So, dann kommen Sie doch bitte mal mit hier in den Eingangsbereich. Hallo, hier drüben. Hier findet die Anmeldung statt. Hihi, hallo. Oh, ich bin der Graf. Ah ja, der Graf. Hier habe ich Sie auch schon vermerkt. Für eine Zahnuntersuchung, richtig? Dann nehmen Sie doch bitte noch mal kurz im Wartebereich Platz. Hallo, ich bin Glubschi. Ah ja, Herr Glubschi. Für Sie gibt es eine Augenuntersuchung. Dann nehmen Sie doch bitte auch einmal im Wartebereich Platz. Hallo, ich bin Frankie. Okay, und für Frankie haben wir eine Anmeldung in der Kardiologie. Dann nehmen Sie doch bitte... Ja, ja, ich war jetzt im Wartebereich. Oh Mann, Dr. Donner, das ist ja total aufregend irgendwie alles hier. Darf ich Sie vielleicht heute bei den Untersuchungen unterstützen? Oh, Julian, das ist tatsächlich eine gute Idee. Da kannst du bestimmt noch ein oder zwei Sachen über Monster lernen. So, und der Nächste bitte. Hallo, ich bin Wolfram. Okay, Wolfram, Wolfram, Wolfram. Ja, 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 ich weiß schon, ich soll im Wartebereich Platz nehmen. In Ordnung, Lucy, waren das jetzt alle Monster für dieses Jahr für die Untersuchung, die hier gemeldet waren? Äh, ja, scheinbar so. Also vor der Tür wartet niemand mehr. Und Gino wird das wohl alles richtig verzeichnet haben. So, Julian, dann habe ich jetzt auch schon deine erste Aufgabe für dich. Hol bitte den Grafen für seine Zahnuntersuchung ab. Ein Job für Julian. Äh, der Graf war der Vampir, oder? Hat gerade meinen Namen gehört? Uäh, da hast du mich ja immer voller Schrank jetzt. Äh, ich meine Sie. Ja, Julian, Vampire sind dafür bekannt, sich schnell und leise zu bewegen. Und natürlich für ihr fantastisches Gehör. Ihre Ohren muss ich wohl nicht untersuchen. Nein, ich bin wirklich nur für eine Zahnuntersuchung hier. Ja, dann kommt mal mit, ihr beiden. Und hier sind wir jetzt auch schon in der Zahnarztpraxis angekommen. Bitte nehmen Sie doch auf dem Untersuchungsstuhl Platz. Nichts leichterer als das. Ui, 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 das ist aber ungemütlich. Herr Graf, Ihr Mantel ist viel zu groß für den Stuhl. Ja, Herr Graf, Ihren Mantel müssen Sie bitte einmal ablegen. Das nennt man einen Umhang. Hier, pass gut darauf auf. Oh Mann, dieser Umhang ist aber hart wie ein Brett. Da sollte vielleicht mal Weichspieler dran. So ist es direkt viel bequemer hier im Stuhl. Nun lege ich Ihnen einmal hier diesen Schutz an, so wie ein Lätzchen. Das sieht aber gar nicht gruselig aus. Naja, aber was macht man nicht alles für die Gesundheit? Ja, da hat er wirklich absolut recht mit. Das sieht gar nicht mehr gruselig aus. Also in dem Licht finde ich Monster auch gar nicht so unheimlich. Und ich habe jetzt auch meine Schutzbrille aufgesetzt. Hier habe ich die Röntgenaufnahmen vom letzten Jahr. Mal schauen, ob alles noch genauso gut ist wie im letzten Jahr. Bitte einmal weit den Mund öffnen. Julian, kannst du bitte einmal den Speichel absaugen? Was, ich? Dafür bin ich doch überhaupt nicht ausgebildet. Ich zeige dir, wie es geht. Siehst du den Sauger hier? Äh, meinen Sie den hier? Okay, und der kommt jetzt hier in den Mund, um den Speichelfluss wegzusaugen? Ja, genau, Julian. Du machst das richtig toll. Und extra Licht mache ich natürlich auch noch an. Nein, das ist viel zu hell. Au. Bitte entfernen Sie das Licht. Das ist viel zu hell für mich. Ach, herrje, das habe ich ja ganz vergessen. Bei Ihnen Vampiren ist das ja sehr wichtig, dass es nicht zu hell ist. Aber ich muss natürlich auch etwas sehen können. Also, Herr Graf, ich kann wieder nur bestätigen, was ich letztes Jahr auch schon gesagt habe. Ihre Beißerchen sind tipptopp in Ordnung. Na, dann kann ich ja jetzt endlich dieses Letzchen hier entfernen. Kind, bring mir meinen Umhang. Äh, ja, hier, bitte. Julian, bringst du den Grafen bitte zurück in den Wartebereich? Und als nächstes kannst du dann Herr Glubschi aufrufen. Ich habe hier noch ein bisschen was zu tun. Also, ich muss sagen, diese Untersuchung fand ich jetzt irgendwie echt cool. Also, ich habe jetzt viel weniger Angst vor diesem Vampir. So, Herr Graf, Sie sind zurück im Wartebereich. Und, ähm, als nächstes ist dann Herr Glubschi dran. Äh, das bin ich. Okay, Herr Glubschi, dann kommen Sie jetzt bitte mit nach oben. Donner, Littchen, was ist denn hier oben passiert? Das ist ja auf einmal eine Augenarztpraxis hier im ersten Stock, wo gerade noch der Zahnarztbereich war. Aha, ich habe bereits auf euch gewartet. Herr Glubschi, bitte nehmen Sie hier auf dem Hocker Platz. Nichts leichter als das. Mache ich das so richtig? Aber, Dr. Donner, wie haben Sie das denn hinbekommen, dass hier auf einmal eine ganz neue Praxis drin ist? Julian, ähm, für solche Fragen haben wir jetzt überhaupt keine Zeit. Sie schauen von dieser Seite, also von Ihrer Seite durch und ich von meiner Seite. Und dann schaue ich, ob Ihre Augen in Ordnung sind. Okay, was ich schon einmal erkennen kann, Sie haben ja tatsächlich nur ein Auge. Dann testen wir mal, ob Sie mit Ihrem Einauge denn auch gut sehen können. Wow, Dr. Donner, das haben Sie wirklich toll erkannt. Äh, das hätte sogar ich erkennen können, aber okay. Für den nächsten Sehtest habe ich hier diese Buchstabentafeln. Die müssten Sie mir bitte einmal vorlesen. Und los geht's. Was sehen Sie auf diesen Tafeln? Oh je, das kann ich irgendwie überhaupt nicht richtig erkennen. Ähm, Dr. Donner, Sie halten die Tafel verkehrt rum. Oh, hoppla. Das wollte ich natürlich nicht. Das wird sofort korrigiert. Genau, lesen Sie jetzt bitte hier diese Buchstaben vor für mich. N-T-K-S-N-C-O Das hat ja schon einmal prima funktioniert. Jetzt kommen wir zu unserem Farbtest. Was erkennen Sie auf dieser Tafel? Ich hoffe, ich halte hier richtig rum. Ähm, also da sind so einige bunte Punkte und manche Punkte sind so angeordnet, dass sie wie ein Fisch aussehen. Ja, ganz fantastisch, Glubschi. Genau. Da war ein Fisch drauf. Also das Farbsehen funktioniert bei Ihnen also. Ja, super. Da ist mit meinem Auge wohl alles in Ordnung. Vielen Dank, Dr. Donner. Ja, Herr Glubschi. Sie sehen mit Ihrem einen Auge tatsächlich genauso gut, als ob Sie zwei Augen hätten. Und Sie haben überhaupt keine Beeinträchtigung. Sie sind also bereit für Halloween. Julian, bringst du bitte als nächstes Frankie hoch? Ich muss noch aufräumen. Na, da bin ich mal gespannt, was Sie hier als nächstes zaubern. Okay, Glubschi. Dann musst du hier wohl noch ein bisschen warten. Hey, Frankie. Du bist dran. Und ich kann mich dann wieder auf den Platz hinsetzen. Hallo, Julian. Wow, Dr. Donner hat es schon wieder getan. Herzlich willkommen in der Kardiologie, Frankie. Wow, das ist echt unglaublich, wie sich hier immer wieder neue Arztpraxen entstehen lassen. Aber was genau ist denn eine Kardiologie? Also, Julian, in der Kardiologie geht es um Herzuntersuchungen. Und wir untersuchen heute auch Frankys Herz. Da nehme ich einmal mein Stethoskop und höre einmal bei Ihnen rein, wie sich das so anhört. Also, Frankie, ich höre einen Herzschlag, aber der ist wirklich ziemlich langsam. Oh, da bin ich aber froh, dass es überhaupt noch schlägt. Also, bei Zombies fällt es ja manchmal auch einfach aus. Aber für die Halloween-Zeit wäre es vielleicht ganz gut, wenn das ein bisschen schneller schlagen würde. Oh, da hätte ich ein paar Übungen für dich, wie wir deinen Herzschlag auf Trab bringen. Also, Frankie, hier einmal aufs Fahrrad. Mache ich das so richtig? Ja, Frankie, du machst das ganz toll. Julian, gibst du mir bitte einmal das Gerät neben dir? Äh, meinen Sie das hier, diesen komischen Monitor? Äh, ja, hier, bitteschön. Dankeschön, Julian. Damit kann ich mobil Frankys Puls überprüfen. Das muss ich nur einmal hier an sein Handgelenk anschließen. Auf dem Monitor kann ich die Ausschläge überprüfen. Und jetzt tritt in die Pedale, Frankie. Los geht's. Okay, dann fange ich mal an. Ähm, und Doktor? Wie sieht's aus? Ja, Frankie, hier ist auf jeden Fall schon mal was passiert. Deine Ausschläge sind auf jeden Fall kräftiger und schneller geworden. Als nächstes habe ich eine kleine Kraftübung für dich. Mit diesem Band hier unten. Ähm, okay, dann probiere ich das auch mal aus. Oh Mann, das ist aber echt ganz schön anstrengend. Meine Muskeln sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Super, Frankie, du schaffst das. Du machst das richtig gut. Also der Tag hier mit den Monstern macht eigentlich echt Spaß, vor allem mit Frankie. So, jetzt bin ich fertig mit den Übungen. Ja, Frankie, und es hat auch richtig was gebracht. Dein Herzschlag hat sich tatsächlich verdoppelt. Du solltest auf jeden Fall weiter trainieren für die Halloweenzeit. Und das müsste ja tatsächlich auch schon unser letzter Patient für heute gewesen sein, oder Julian? Aber Moment mal, Wolfram sitzt doch nach unten. Ja, genau, da war noch dieser Werwolf. Bist du dir da sicher? Ein Werwolf? Ja, der Herr Wolfram ist definitiv ein Werwolf. Und der sitzt da unten noch im Wartebereich. Das hat Frankie doch gerade auch gesagt. Äh, Julian, da muss wohl eine Verwechslung vorliegen. Julian, Werwölfe? Werwölfe gehen tatsächlich zum Tierarzt. Also ich untersuche keine Werwölfe. Was, Werwölfe gehen zum Tierarzt? Naja, also wenn sie die nicht untersuchen, kann ich jetzt auch nichts dran machen. Also mein Puls ist jetzt wirklich auf 180. So, bin ich jetzt endlich dran? Hallo, Herr Wolfram, ich bin Dr. Donner. Sie haben leider gar keinen Termin bei mir. Sie müssen tatsächlich zum Tierarzt. Potsblitz, das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt bin ich extra mit hier ins Krankenhaus gekommen und warte schon den ganzen Tag hier im Wartebereich. Und dann untersuchen sie mich gar nicht. Das muss ich erstmal klären. Oh je. Der arme Gino. Der Wolfram macht ihn jetzt bestimmt fertig. Hallo, Entschuldigung. Ich warte schon den ganzen Tag im Wartebereich. Äh, ja, ähm, wer waren Sie nochmal? Ich bin Wolfram. Aber da fällt mir gerade auch ein, ich hab Sie vorhin gar nicht ausreden lassen, sondern bin einfach weggegangen. Das war dann vielleicht auch einfach meine Schuld. Entschuldigung. Ich hab nämlich gar keinen Termin hier. Ich muss zum Tierarzt. Oh je, da ist mir wohl auch irgendwas durcheinander gekommen. Ähm, ich hab Sie einfach zusammen mit den anderen Monstern in eine Gruppe gesteckt und dann gar nicht nochmal doppelt gecheckt, weil Sie direkt in den Wartebereich gegangen sind. Ich rufe sofort Dr. Tierlieb an und bestätige nochmal Ihren Termin, ob Sie da vielleicht noch eben hin können. Da wäre ich Ihnen außerordentlich verbunden. Oh, so wie Wolfram gerade weggestürmt ist, dachte ich erst, das würde jetzt total die Katastrophe geben, aber eigentlich waren die beide sehr freundlich miteinander. Ja, Julian, Monster sind eigentlich wirklich, wirklich freundliche Zeitgenossen. Also, ich hoffe, du hast gelernt, dass du nicht so viele Vorurteile den Monstern gegenüber haben solltest. Ja, ich glaube, das habe ich jetzt verstanden. Also, die Monster können vielleicht gruselig erscheinen und vor allem für Halloween ist das natürlich auch irgendwie so eine Art Job oder so, den sie machen. Aber den Tag, den ich mit ihnen verbracht habe, der war jetzt echt richtig witzig und sie haben auch ganz normale Probleme und sind eigentlich ganz normale Leute. Also, das war echt cool. Danke, Dr. Donner. Hey, Leute, ich bin's, Emma Vogel. Und wenn ihr noch mehr von uns, also Familie Vogel, hören wollt, dann schaut doch mal bei Spotify oder bei iTunes oder auch Amazon Music vorbei. Denn da, da findet ihr unsere tollen Hörspiele. Und glaubt mir, die sind wirklich richtig cool. Und ja, hört sie euch an. Viel Spaß!